3-Spieler 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 Magic Tree 2-Euro-Einsatz Los jetzt Wo sind die Fänen hier Noch mehr von die da Mensch, falsche Richtung Mach doch erstmal dahin da Andere Richtung Los jetzt Ach, was soll denn das da oben Naja, geht doch Jawoll Das ist wie Action Games Yeah 4-X-Games Yeah 6-X-Games Yeah Das läuft rund Cool, ne? 8-X-Games Yeah Bam 12-X-Games Joug Los geht 6-X-Games 6-X-Games 7-X-Games 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 Ok, tschüss, freie Spiele, I of Horus, eins dazu, naja, mhm, hm, mhm, mhm, er sieht da nicht so gut aus hier, da ist eh noch, Ups, Mann, ich bin schon dazu durch, hätte er innen hier noch ein bisschen hochgekommen so, jetzt noch einer. Na, ich glaube, da kommt nichts gescheitert mehr bei rum. Letzte Freispiel gewesen, doll war nicht, 6 Euro, also das geht besser. Freispiele, I of Horrors, 4 Euro, ein Satz, ja, da gibt es schon mal 80 für die vier, ähm, ihr wisst schon, da war es eh nach. Oh, jetzt lass richtig rappeln hier. Ja, los, weiter. Ja, lässt er sich nicht so blicken, jetzt ist es Misskäfer. 48 Euro gab's dafür. Ah, noch einer. Oh, 58 noch dazu. Dann war's das, 160. Ja, naja. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, da war's.